Raum für liebe Worte. Das Wundervolle ist die Vorfreude auf das gemeinsame Fest. Gespannt sehen wir Weihnachten im Kreis der Liebsten entgegen und schmieden Pläne für das Essen und die Geschenke. Im Dezember haben wir da im Herzen unseres Hauses und am großen Weihnachtsbaum Raum und Zeit für Worte an die Liebsten geschaffen. Stimmungsvolles Briefpapier sowie passende Umschläge liegen bereit. Zeit zum Schreiben, Zeit der Freude, Zeit für etwas Schönes. Wir das gesamte Team des Hauses L&T wünschen eine friedvolle Weihnachtszeit. With Love, L&T hier in Osnabrück. Musik 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 Musik